du bist zufrieden ne du machst kein knurri knurri und theater nen kalio schon wieder bis hierhin wo sind denn alle keine püppi oder muss direkt in den schrank tun sonst füttern die sich selbst die bedienen sich selber die sind ja auch nicht doof ne dagi ach da bist du auf dich ist doch verlassen du hockst immer in der bude nimmt das hier ist ein futterplatz ne da frisst du am liebsten ne da die mani 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 willst in ruhe gelassen wird gut du wartest auf neue füllung ne gleich hast du eins hier rein gerettet ja ich lass dich in ruhe essen keine sorgen ne fragt mich trotzdem wo püppchen ist sonst liegt sie da am körbchen da habe ich noch sachen für den winter am einvakuumieren und immer liegt die eigentlich da oder was heißt immer viel